Die Samsung Members App bietet dir die praktische Gerätediagnose. Du kannst sie bequem über die Einstellungen deines Tablets aufrufen. Teste Funktionen und Sensoren des Tablets, um Fehler oder Defekte auszuschließen. Öffne die Einstellungen, scrolle zu Akku und Gerätewartung und wähle diesen Punkt aus. Unten findest du die Diagnose. Tippe dann auf Tablet Diagnose. Wähle ein Element aus, um es zu testen, beispielsweise Schaltflächen. Hiermit werden die Tasten deines Galaxy Tab S9 geprüft. Folge den Anweisungen des Tests. Anschließend siehst du das Testergebnis. Falls erforderlich, werden dir weiterführende Infos angezeigt. Möchtest du dein Tablet auf Herz und Nieren prüfen, dann wähle Alle testen und folge den Anweisungen der einzelnen Tests. Viel Spaß beim Ausprobieren!